Dass auch der obere Teil der Hustadt mal genießen kann, das Hustadtfest direkt vor der Haustür zu haben, sozusagen wie der Vorgarten. Ich möchte mich erstmal bei allen Rednern gerade bedanken dafür, dass sie das Fest eröffnet haben. Gleich geht es auch schon weiter mit dem heutigen Programm. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, dass, falls sich die einen oder anderen mal wundern, dass sie hier auf dem Platz keine Getränke sehen. Das Café Hustadt 75 hat heute extra für das Hustadt-Teilfest geöffnet. Das heißt, alle Getränke gibt es in dem Café, alkoholische wie auch nicht-alkoholische. Nochmal so als kleine Information. Und dann will ich nicht ganz so lange auf die Folter spannen und zwar wollen wir schon direkt mit dem Programm beginnen. Der heutige Eisbrecher ist wieder der Chor Integral. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Im letzten Jahr waren Sie ebenfalls diejenigen, die als erstes aufgetreten sind. Ihr Motto ist es, Deutsch lernen durch Singen. Sie singen auf Deutsch und auch in vielen anderen Sprachen, wie wir gleich auch merken werden, Volkslieder. Und ich hoffe, dass Sie das schaffen. Heute mal ein bisschen mir die Aufmerksamkeit der Leute schon direkt zu Beginn an sich zu ziehen. Und dann würde ich einfach mal weitergeben an den Chor Integral und bitte um einen Applaus für den Chor Integral aus der Integrationsagentur Steinkohlen. Vielen Dank. Vielen Dank.